Hi Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge auf unserem Kanal. Heute zocke ich Bad Wars alleine auf der Map. Wanch ist das glaube ich, im Team Türkis. Naja, fangen wir einfach mal an. Oh, Spiegel verkehrt. Ich habe die Map nämlich schon mal gespielt. Oder war da der Villager? Ja, egal. Das interessiert euch sicherlich. Oh, wer schreibt mich denn jetzt schon wieder an? Ich habe schon keine Lust mehr. Und so. Ich würde ja mit dem Hagel aufnehmen, ne? Aber... Der hat leider keine Zeit. Der ist nämlich beim Fußball wieder. So. Und... So, wer baut sich zu mir? Hä? Ach, da! Kommt schon der erste zu mir. Kommt der? Ja, okay, der andere will irgendwie nicht. Der traut sich nur noch nicht. Der kommt gleich sicherlich auf, wenn ich einen kleinen Ansatz weg in die Mitte gebaut habe. Kommt der auch. Weil ich will immer in die Mitte. Ich will Gold haben. Aber egal, Leute. Ich kill jetzt erstmal den da. Mein... Er hat angefangen. Also bringe ich es zu Ende. Ich muss aufpassen, dass er seinen blöden Weg nicht weiter baut, ey. Da seht ihr das schon. Hä? Was für ein Hacker? Ich habe es auf Video. Er hat einfach keinen Rückstoß bekommen. Ihr habt es genau gesehen. Da war kein Spinn... Ne... Da war nichts an Spinnen wem oder so. Und er bekommt keinen Rückstoß. Ihr habt es alle gesehen in der Aufnahme. Ne, das ist jetzt schon so... Loser-like, Alter. Wenn man so hacken muss. Ich muss jetzt das Bett zubauen, Alter. Wenn er mit Rüstung kommt. Ne, ich kann ihn nicht runter schlagen oder so. Oh, der kommt wirklich mit Rüstung. Das bedeutet... Eins... Zwei... Drei... So... Oh, Mann! Jetzt schreiben die mich immer an! Darauf habe ich ja gerade voll keine Lust. Sicherheitshalber essen. Nee, willst du nicht irgendwie wieder ohne Rückstoß kommen oder so? Hast du darauf nicht Lust? Oh, der hat sogar einen Rückstoßstab mitgenommen. Extra für mich? Wie der hackt. Wie der... Leute, ich lasse die Aufnahme dran, ne? Ihr habt es alle gesehen. Ich werde, äh... Das ist auch bei Gomme... Oh, ich war sogar noch am Leben. Habe ich gar nicht mit gerechnet. Ja, ich wollte noch add a hacker schreiben und so. Und wir sehen uns gleich in der anderen Runde wieder. Ja, Leute, ich kann einfach nicht verstehen, warum manche Leute einfach so... Nice hacken! Ich sehe gerade nur, dass ich alleine bin. Die Aufnahme wird doch jetzt schon... Scheiße, Alter. Wenn ich die gewinne, Leute, dann... Muss ich wirklich sagen, bin ich der Beste von allen auf der ganzen Welt. Aber das Gute ist... Wieso baue ich mich eigentlich hoch? Oh, das ist doch voll der dumme Scheiß. Ich werde hier Fast Bridge versuchen, aber ich will das... Ich finde das zu peinlich. Okay. Dafür bin ich jetzt schon Mitte. Und die anderen so gut wie nicht. Was macht der? Ich will gar nicht wissen, was er macht. Ich will einfach nur ganz schnell mir einen Bogen holen und dann wissen, dass ich... die aufhalten kann, wenn sie kommen. Euch halte ich mal ein bisschen auf, in die Mitte zu bauen. Ich fache kaka... Hä? Schieß ich rüber? Ich sehe es halt nicht, ne? Ob ich rüber schieße, oder... Na, ich habe keinen Bock auf Braus spämen. Das ist... Egal. Dicke Brust holen. Dicke Brust wenden. Dicke Brust Ich warte nur darauf, dass jemand hier rüberkommt. ok auf den schießen nicht das ist team blau sollen sie sich sollen sich ehrlich gesagt lieber selbst vernichten bevor sie mich vernichten siehst du also siehst du sage schon seht ihr eigentlich auf jeden fall besser als wenn sie mich nur alleine vernichten besser wenn die gar nicht wissen dass ich existiere das ist noch viel besser ich bin so angespannt bitte denkt dass du zu mir rüberkommen kannst bitte er kommt er kommt er kommt er kommt er kommt er kommt no not back no not back leute ihr habt es gesehen ihr habt es gesehen so gut dass ich ihn gehabt habe ich habe so schiss gerade leute ihr glaubt es mir einfach nicht steht an seiner base mit seinem bogen sonst würde ich ja was riskieren ganz schnell als ob der mich jetzt aus seiner base abballert ich habe es ja auch gerade gemacht sage ich auch ehrlich aber ich treffe wenigstens ja jetzt braucht ihr euch noch einen schutz ist okay aber wenn ihr mich zuerst abballert dann ist das ja schon peinlich ich hatte so glück dass ich gleich von anfang an bogen hatte wie er sich immer hinter seinem partner versteckt wenn ich ihn halt öfters treffe ne ist halt so gut wie tot er wollte mich ablenken hier das ist ja mal volle schlau ah ne 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 nicht auf euch ballern ich baller lieber auf die leute die ihr angreift nein er wurde getötet aber das ist doch richtig scheiße für euch ich will aber auch nicht jetzt da einfach drauf gehen und zurück bevor die groß merken dass ich was mache ich höre ihn auf abzuballern ganz schnell hätte absetzen mann ich schieße ich doch auch nicht ab Kumpel Kumpelinchen ich meine ich will mit niemand von euch richtig Streit oder so weiß ihr ob das ich einen Bogen hab soll ich dir mal zeigen dass ihr einen Bogen habt jetzt hast du es gesehen und jetzt hast du deinen Bogen verloren findest du es jetzt irgendwie hat das jetzt was für uns beide gebracht oder so ich finde jetzt das hat es eigentlich voll gebracht schießt er schießt er schießt auf mich er schießt auf mich Leute mann ich was kann ich mir noch kaufen was ich hab Gold in meiner Base was oh man was soll ich mir dafür kaufen soll ich warten auf Enderperle lieber oder soll ich mir dafür irgendwas anderes holen aber wer ist jetzt ein Livestream das wäre viel schöner was gibt es denn hier cooles zu kaufen weiß ich gar nicht mehr TNT Enderperle naja nichts geiles oh Leute jetzt wird zerfickt welche Teams leben denn noch gelb und grün ja das ist doch super Enderperle drüber zu gelb und dann easy zerficken wäre das nicht alles super toll ich würde nur lieber warten bis Rot noch so seinen Bogentypen verliert oder so aber die bekommen ja auch immer Nachschub an Gold weshalb das jetzt nicht das Beste weshalb das etwas länger dauern würde OH MY GOD hat der mich erschreckt ey naja jetzt habe ich wenigstens die hier ist die 13 Gold für die Enderperle zusammen so falls ich im Notfall runterfallen würde könnte ich mich vielleicht retten wenn ich richtig schnell reagieren ich kann ja mal ein paar Sophien in die Mitte jagen wäre da sie mal was schones ne gut dass ich mich umgedreht hab ist er tot? gut oh Leute 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 Rot lieben nur noch zwei Spieler da haben sie wirklich mal was draus gemacht dass die Bow Spam ne bevor mich Blau ja mal abschießt oder so jetzt auch nicht so toll ne weg hier nein er hat es an mir vorbei geschafft egal jetzt kann ich mir noch Gold holen Leute holen Gold holen Gold holen Gold holen den Weg in die Mitte zu Ende bauen und weiter ja jetzt wie viel Gold hab ich 8 so damit der Typ mich nicht abballern kann nein so verdammter Scheiße ich hab euch doch nichts getan ja ok ich hab euch die ganze Zeit etwas genervt ne aber das könnt ihr mir doch nicht das könnt ihr mir doch nicht böse sein ey wie wärs mit nem schönen Stecktrank ja Leute Stecktrank wär sich doch super wenn da nur noch eine Person wär ne ich wär ja sofort auf dem Weg zu Dingsbums vielleicht hab ich ja genug Eisen um das Bett mit Eisenblöcken einzubauen 14 Eisenblöcke 14 Eisenblöcke das ist jetzt nicht wenig oder so ne das ist ja schon eine große Summe so und dann kann ich ja hier vorne noch hm hm der gelbe da ne der beunruhigt mich sowas von da sind schon zwei Gelbe da das wär halt übelst meine Chance ne AAAAAAAA aber ich hab heute keine Enderpen in Hause guck ich tu sogar was oh Leute beunruhigt mich wieder man soll ich mir nen besseren Bogen mal gönnen ich hab jetzt nen Weg in die Mitte ein besserer Bogen wär ja schon ne richtig geile Sache muss ich ja wirklich sagen ok komm ich hol mir einen besseren Bogen dann hol ich mir auch nen Eisenschwert und ne Eisenspitzack wenn ich schon dabei bin jetzt muss ich nur noch auf den Stärketrank sparen und dann gleich mal die Sachen rauswerfen die ich nicht mehr brauche das brauche ich nicht das brauche ich nicht das brauche ich nicht ich hätte den Bogen ja eigentlich behalten können ne so als Sicherheitsgrenze Lücke für den Notfall mal ne falls ich getötet werde aber ich werde nicht getötet ich will die Runde gewinnen ohne einmal zu sterben aber gut da liegt wieder was gleich mal gönnen gleich mal gönnen das Team hängt halt auch nur darum ne das ist die Sache ich könnte halt jetzt komplett geil auf das andere Team gehen oder komplett verscheißen 17 Gold wieder ich hole mir noch ne Ender Palace und dann werde ich was versuchen dann werde ich was riskieren oh mein Gott oh mein Gott die wollen gerade raus die wollen gerade auf ja er bekommt keinen Rückstoß er will doch irgendwas hier unter mir wegbauen oder so ist er tot? er ist tot die oh mein Gott die rüsten sich da die ganze Zeit aus Leute ey ich hab das ja nur mit Leuten mit Bogen ne doch eben kam ja einer oh mein Gott ich bin so pfff pfff oh stärkt getrank und ich mir auch noch das brauche ich nicht gerade hier vorne oh mein Gott jetzt sind die aber wieder in ihrer Base und das ist das blöde wären die ja nicht so in ihrer Base ne ich könnte ja mega nice auf die drauf gehen so nun kann ich nämlich hier eine kleine Treppe hin bauen die nach oben fährt Sicherheit geht vor Leute Sicherheit geht immer vor ne weil ich kann ja halt schon sagen ich hab voll verkackt wenn die mich runterhauen ich kann verstehen dass Rot sich nicht in die Mitte traut ne das ist komplett plausibel da sie kein Bett mehr haben ich weiß ehrlich gar nicht sag gar nicht was für eine Scheiße hier die ganze Labe oh mein Gott ich bau mir jetzt erst eine Kiste dahin wo ich noch Rüstung und so rein tue falls ich doch sterbe sonst wäre mir das halt deutlich zu riskant sonst wäre mir das halt deutlich zu riskant Kiste gibt es da dann dann tue ich dann nämlich noch ein Eisenschwert rein äh und noch eine zweite Rüstung ähm eins zwei drei drei wenn ich ehrlich gesagt ich konnte die nicht schlagen ich konnte die nicht schlagen was soll dieser Scheiß hä komm her hier komm doch her was der hat richtig Hex Leute die Runde werde ich auch behalten der hat richtig Hacks wieso spielen Leute mit so welchen Hacks was ihr seht es ja wie er konnte wie er mich schlagen konnte ne man Leute wieso spielen Leute so wieso ich kann es nicht verstehen wir sehen uns in einer neuen Folge ihr habt genau gesehen dass beide Leute gehackt haben ne der in der ersten Runde und der in dieser Runde wenn der in der ersten Runde nicht gehackt hat ist ist okay aber der hat auf jeden Fall gehackt ich werd ihn jetzt auch reporten wie heißt er slash report m h b wie so sind auf einmal so viele Hacker auf Gomme drauf ich frag mal hacken die ich will einfach die Antwort wissen hacken die und der Clown ne die ist auch aus Team Gelb schreibt ihr was schreibt ihr was Wann der hacken die krass du spielst ach der ist Wann da Clown ne Leute ich wie war ich ich bin gerade voll mit den Nerven am Ende ne ne ich kann nicht klar antwortet jetzt nicht die Hälte nur durch ne weil war die jetzt in deren Team drin ne hallo 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 ne ne leute ich bin gerade so einfach ich könnte so ausrasten ne ich hoffe so der rote gewinnt weil der stand auf einmal hinter mir war so gut gerüstet ne die ganze Zeit ne rot geht doch weg da der ballert dich doch ab Ist rot so blöd Hacker Ganz einfache Sache Hacker Ich wünsche euch dann noch viel Spaß Ich hoffe die Folge hat euch gefallen Ich habe die jetzt beide auch reported Und Naja Ne Ich bin fertig mit meinen Nerven Ja ich weiß nicht ob der gehackt hat Aber dieser M-H-G-F-G-H-Z Oder wie der hieß Auf jeden Fall ich sage ciao Und viel Spaß noch